Musik Das Rocken am Brocken Festival in Elend bei Sorge mitten im Harz. Ein kleines aber feines Festival, nicht zu vergleichen mit den großen wie Hurricane oder Melt Festival, aber dennoch ziemlich viele schöne Sachen, die es hier zu entdecken gibt. Musik Als allererstes hätten wir da mal den Zeltplatz. Der ist eigentlich so wie überall, aber sind denn die Besucher auch so wie überall? Die sind so wie immer, echt. Auf den Größeren sind die lockerer und besoffener. Musik Wie überall, aber ganz besonders. Okay, alles ein bisschen ruhiger. Das ist zu schnell. Achso. Aber gleich können wir wieder schneller reden. Ich finde die Stimmung echt entspannt und das ist halt mit ziemlich viel Liebe gemacht, das kleines Festival. Also das ist halt schon um einiges geiler wie diese großen, bei denen dann so ein persönlicher Bezug fehlt. Musik Zu so einem richtigen Festival auf einem Berg gehört ja auch eine Burg. Hinter mir steht eine und die werde ich jetzt ganz elegant beziehen. Da sind wir in einem Freibad. Was könntet ihr Besseres haben auf so einem Festival als eine Stelle, wo man sich mal so richtig abkühlen kann? Oben gibt es ja keine Duschen, deswegen hier auch mal schön die Füßchen sauber machen. Und ganz beliebt bei den Festivalbesuchern sind natürlich auch die Toiletten, auf denen ihr ordentlich spüren könnt und vielleicht auch noch ein bisschen Toilettenpapier findet. Aber was will man denn an so einem Strandbad hier haben? Natürlich ein Festival. Und ich möchte jetzt mal gucken, was ihr, die Festivalbesucher, dafür tun würdet, ein solches Must-Have zu bekommen. Musik Und das kalte Wasser gehen, aber da musst du dich wenigstens noch dreimal im Kreis legen. Okay. Eins, zwei, drei. Und jetzt hat er den Bock mit dem Festival. Dann machst du eine Rolle und dann kriegst du den Ball. Musik Ich rutsche die Rutsche runter, ich bin vorwärts, wenn du möchtest. Musik Das war ein ganz, ganz großes Kino. Die Pop-Tent-Festibäle, die kommen richtig gut an. Überall stehen Leute und wollen den Ball haben. Aber wenn man denn jetzt nicht mal sauber gemacht hat, dann wird es Zeit, sich hübsch zu machen, sich zu schminken. Musik Musik Den Zeltplatz, das Gelände, das Freibad und die Hüpfburg haben wir kennengelernt. Aber so richtig wissen wir noch gar nicht was über das Festival. Deswegen stehe ich jetzt hier mit Sandra, der Pressehauptreferentin vom Rock'n am Rock'n Festival. Sandra, erzähl doch mal, wie ist denn das Festival entstanden und wie hat es sich entwickelt? Also das Festival wurde 2007 von drei Studenten der Hochschule Harz gegründet. Mit 900 Gästen damals noch. Jetzt sind wir sechs Jahre danach. Hier haben vier Bühnen statt nur einer und haben halt fast 2.000 bzw. 3.000 Gäste. Geht da noch mehr? Kann man da noch mehr wachsen? Also es ist generell noch ein Wachstum drin. Ihr seht, das Gebiet hat noch viel Potenzial. Auch die Menschen haben noch viel Potenzial. Aber uns ist halt dran gelegen, nicht eins von diesen riesigen Festivals zu werden mit 10.000 Leuten oder mehr. Sondern wir wollen halt schon dieses idyllische, harmonische und vor allen Dingen familiäre behalten, was das Rock'n am Rock'n halt so ausmacht. Also Rock'n am Rock'n, ehrenamtlich organisiert, muss man aber mal sagen, auch Ehrenamt weiß, was es tut. Der Rock'n fest tanzt! Es ist ein super Festival hier auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Nach drei Tagen Rock'n auf dem Brocken kann ich sagen, dass ich das Festival auf jeden Fall in mein Herz geschlossen habe. Einige Bands, die hier gespielt haben, naja, die würde ich jetzt nicht persönlich auf meine Top-Ten-Liste setzen, aber an und für sich war das Line-Up schon ziemlich überzeugend. Die Festivalbesucher sind auch eigentlich relativ nett und ja, die kleinen Details hier, die haben mich vor allem überzeugt. Und ich würde mal sagen, Rock'n am Rock'n 2013, ja, ich bin dabei. Vorsicht!